Herzlich willkommen, wir sind hier auf dem Mühlenhof an der Wippeau in Ötzen. Wir haben jetzt wieder mit unserer Maisernte hier begonnen. Jetzt das zweite Mal, jetzt kommen die zweiten 50 Hektar runter. Hinter uns sind wir am Häckseln. Der Mais ist hier für unsere 350 Kühe. Das war hier ein Stripteel-Mais. Hier haben wir im Frühjahr den Boden nur im Stripteel-Verfahren bearbeitet. Wir haben hier knappe 17 Tonnen Trockenmasse. Ernten wir hier, sind wir ziemlich zufrieden mit. Und wo ein Teerstgehalt von ein bisschen über 35, das passt. Auf jeden Fall für dieses Jahr. Der Mais ist allerdings auch zwei bis dreimal beregnet dieses Jahr. Genau. Das war ein Teerstgehalt. Also ist der K constatiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.